Herzlich Willkommen beim Ländle TV Wetter. Am Freitag erwartet uns nochmals ein schöner und ruhiger Herbsttag. Der Tag startet im ganzen Land schon mit Sonnenschein und ein paar Wolkenfeldern. Lediglich in den Morgenstunden können sich so rund um die Prägenzer Bucht ein paar flache Nebelfelder halten, die sich aber rasch auflösen werden. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Tagsüber geht es dann freundlich mit einem Mix aus Sonnenschein und ein paar durchziehenden Wolkenfeldern weiter. Lediglich in den Bergen können diese auch einmal etwas dichter ausfallen. Es wird angenehm warm am Nachmittag bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Auf dem Kahrhorn in 2416 Höhenmetern hat es am Nachmittag 6 Grad plus. Zunehmend unbeständig gestaltet sich dann das Wetter in den kommenden Tagen. Der Samstag startet zunächst noch mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags beginnt es sich dann aber schon vom Westen her einzutrüben und am Nachmittag setzen dann von der Schweiz her Regenschauer ein. Zuvor wird es aber nochmals mild mit Werten um die 21 Grad. Am Sonntag und am Montag geht es dann wechselhaft weiter mit einem Mix aus Sonnenschein, dichteren Wolkenfeldern und immer wieder ziehen auch einmal Regenschauer durch. Die Temperaturen gehen zurück, am Sonntag werden rund 17 Grad erreicht, am Montag dann in etwa 16 Grad. Das war es von Kachelmannwetter für LändleTV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.